Liebe Web 2.0 Gemeinde, liebe Twitterianer, liebe Social Wine Networker, ich bin's, der Wärts. Ich freue mich heute, euch mal persönlich begrüßen zu dürfen, für alle, die schon immer mal wissen wollten, wie ich aussehe. Ich habe das schon mehrfach angekündigt, unser Blog wird jetzt ein wenig aufgefrischt und aufgehübscht und ein Teil dieser Aufhübschungskampagne ist das Produzieren von Videos. Das ist das Erste. Ich will auch gar nicht lange drum herum reden, sondern wir legen gleich los. Ihr werdet in Zukunft einige interessante, hoffentlich interessante Beiträge sehen rund um das Thema Wein. Natürlich alles nicht so sakral und ernsthaft, wie das vielleicht der ein oder andere erwartet, sondern mit dem gewohnten Augenzwinkern, so wie das eigentlich auch in Schriftform auf unserem Blog immer der Fall war. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.